Mach langsam Bruni Nanni. Und hier drei Millionen leckere Kokosmilchdosen. Und Mango Mango. Das hebe ich mir aber auf den Winter auf. Dann, wenn Obst und Gemüse wieder rar sind, dann gibt es lecker. Schmeckt lecker, lecker. So viele schöne Sachen. Sieht wirklich super aus noch dazu. Das ist bestimmt lecker, aber sieht auch total süß aus. Schön, danke schön. Vielen lieben Dank für die tollen Sachen, Micky Nass. Wie wollt ihr noch mal was? Noch ein Tütchen? Sollen wir noch ein Tütchen springen lassen? Ja? Ja komm mal her. Du hast da ein Haar vor deinem Auge. Komm mal her, ich komm nicht dran. Warte mal mit. So, Mama weg. Mama weg. So.